Hey, schon mal willkommen zurück zu Let's Play, Streiter, ich bin lag so, dass du einfach, what the fuck, kurzer lag irgendwie gewesen, wir machen heute weiter, da wo wir das letzte mal aufgehört haben, was jetzt für mich mittlerweile schon ein bisschen was an Zeit her ist und machen wir jetzt hier voll ein auf Mission Impossible oder was, also ich, äh, ich unterstütze ja Hype, aber, oh, wurde gelasert, das hätte niemand kommen sehen können. So, ihr brennt nun mal so, ich finde das so cool, nee, okay, gut, da unten, Moment mal, da ist was, aber da komme ich nicht hin, kann ich da irgendwie, nee, 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 dann, wow, hallo, oh, Speedrun Tactics, nur mal so, nur mal so, das, ich sag schon wieder nur mal so, ich merke schon, mein Kommentarsteel ist heute schon wieder die hellste Freude für euch höchstwahrscheinlich und so wie ich euch kenne, hasst ihr mich jetzt gerade dafür. Testprogramm? Das ist kein Testprogramm, das ist, als ob du mir Müll an den Kopf wirfst. Da, das ist nichts, das ist lachhaft. Hier, hab Kunai. Explosiv Kunai, um genau zu sein. Sonst noch was? Geil. Ah ja, hab ich ganz vergessen. Wir können, äh, mal unser Aussehen ändern. Ja, ich weiß, der Shadow, der ist ab und zu ziemlich inkompetent, sowas mal zu raffen, aber diese Strider-Dinger, die wir bekommen haben, sind im Grunde nur Charakter-Upgrades, Änderungen. Ich glaube, ich nehme auch das hier, das sieht ganz cool aus eigentlich. Ich möchte mal ein bisschen in einer anderen Farbe rumlaufen. Testprogramm, commence. Äh, how about nö? Okay, doch. Da, na, na, na. Okay. Plan B. Plan B, ich kann euch auch alles zurück an den Kopf werfen, da bin ich kein Problem. Ist das so doof zum Spielen? Nur mal so. Ich meine, es ist noch früher morgen, aber das ist keine Entschuldigung. Okay, da komme ich nicht hoch. Äh. Kommst du her? Okay. Achso, da ist ein Laser, okay. Ich habe gerade gedacht, könnte ich nicht eigentlich mich ein bisschen umgucken, aber nö. Ach, das sind Zambis. Die Zambi-Menschen. Die Zambi-Leute. Mir fällt mal auf, die sind ziemlich hartnäckig von Resistent. Boah, yes. Gib'n. Ey, die Kula ist denn cool. Achso, ich habe keine Energie mehr. Ich habe mich schon gefragt, was mit mir los ist. Weil ich wollte eigentlich das hier. Vogel ist mittlerweile nicht mehr so nützlich irgendwie. Das ist auch ein Laser. Aber Moment mal. Äh, Start ist schön und gut, aber... Äh, die roten, das waren... Ach, verschlossene Türen. Da war ja was. Gut, dass wir wissen, dass diese Türen verschlossen sind für uns. Was wird das jetzt hier? Schon wieder so ein... Schon wieder so eine Testkacke? Weil ihr glaubt, ihr kommt mit sowas durch? Irgendwas mit Aserbaidschan. Ich habe keine Ahnung, was ihr manchmal redet. Nur mal so. Sollte ich vielleicht mal einen Sprachkurs belegen. Ich glaub... War das... Pfff... Nennt es einfach technisches Versagen. Es funktioniert immer. Ihr werdet langsam wirklich hartnäckig. Nur mal so. Ich kann euren Scheiß auch nicht zurückwerfen. Gut, dann kann ich euch auch anzünden. Macht wenigstens mehr Schaden. Oh, hallo! Wow! Gib ihm! Hype! Oh, Mann! Ich habe das Spiel voll vermisst. Soll heißen, ihr verkackt eure Tests, wenn ich überle... Was zur Hölle? Dein Stu... Oh! Oh, du! Das bist du? Du hast diese durchgeknallten ausgebildet? Oh mein Gott! Du hast einen guten Job gemacht. Sie sind ziemlich hartnäckig. Ich beschmeiß dich so lange mit Schurikens, bis du keine Lust mehr hast. Ich sag's dir. Ähm... T-Shop? Okay. Okay. Okay, aber wenn sie das macht, ist sie ja schon fast süß. Nicht? Ist das der ganze Fight? Mehr nicht. Ich... Ich beschmeiß dich mit Schurikens, klopp die Scheiße aus dir raus und... Sorry, aber du hast gar nichts auf dem Kasten, Frau. Du warst eine Lachnummer. Option B. Ein Robo-Panther, wat? Das ist jetzt Feinde, die Treffer vor. Option B. Mehr Schaden. Nee, der Feinde am Boden. Ermöglicht Pantherläufe, indem du... Du musst Entfernung teleportieren kannst, was? Moment, ich stand da gerade... Ja, weil... Das ist doch Vogel, aber... Oh mein Gott, wie cool. Wie cool wird das denn jetzt? Ich hab ein verficktes Panther-Skateboard. Ja, mein Tag ist definitiv gerettet. Ich hab heute Mittag noch einiges zu tun, aber mein Tag ist jetzt schon gerettet. Kann ich hier hoch? Ich darf hier nicht springen, okay. Hat sich das also erledigt? Hm, okay, da ist nix. Wo sind wir hier überhaupt? Ach, hier. Ich hab ja das Gefühl, da geht's runter. Ich weiß aber... Wobei, wir haben hier einen Speicherpunkt gehabt, ne? Also von daher, ich kann's ja mal... Ich test es mal aus. Moment, ich fall da jetzt mal runter. Ich will wissen, ob hier was ist. Ich kann hier nicht, äh, da ist eine unsichtbare Mauer. Okay, gut, hat sich erledigt. Hätte ja sein können. Leute, Entdeckerdrang und sowas. Ihr habt das auch. Los, mein... Oh. Super. Mein Panther denkt sich, nö, ich geh mal in die andere Richtung. Wie cool. Ist das denn bitte? Alter. Oh, wie cool. Dennoch mit Option C zusammen und... Wow. Das ist so krank. Das funktioniert so krass. Da unten ist doch was. Ach, das ist ein Laser. Okay, okay, okay. Okay. Wow. Ich hab gedacht, die Laser wären grad explodiert. Okay, da kommen wir nicht durch. Doch, kommen wir. Äh. Möchten wir aber nicht. Ich verstehe. Okay, wir möchten da nicht nach unten, weil da unten ist ja... Das sehen wir ja auf der Karte. Da ist nichts von. Da kommen wir. Wart es? Ähm... Hallo! Na, auch einen guten Tag. Nö, offenbar nicht. Der Typ hat einen schlechten Tag. Ein definitiv... Das geht. Hier ist nichts. Was ist... Ach, das ist eine Tür, wo ich nicht durchkomme. Ja. Okay, okay. Ist ja gut. Mach auf. Da muss ich denken, ich werde andauernd weggeklopft von den Dingern. Okay, von da kommen wir. Was war denn diese verschlossene Tür? Da ist eine Tür? Okay. Das sind alles Türen. Na okay, die haben ja gesagt, sie haben alles zugemacht, aber dass die ihren Job so ernst nehmen, hätte ich ja nicht gedacht. Ich meine mal ehrlich. Nehmen wir ihren Job hier überhaupt nicht ernst, weißt du, und kommen dann mit sowas. Okay. Panther Surfboard aktivieren! Obercool. Das ist einfach Obercool, wie so ein Panther Surfboard, was auch noch Leute schnitzeln kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja. Euer Shadow ist schon inkompetent, ne? Sagt ihr euch bestimmt auch selber. Hat schon zwei Skins bekommen, weißt du, und hat sie erst jetzt gezeigt. Mein Gott, ist der Typ schlecht. Warum gucken wir den nochmal? Was ist hier oben? Man hat mir auch gefragt, ob ich das Ganze hier zu 100% mache. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wenn mich der, äh, wenn mich die Lust und ich die Zeit habe, das zu machen, dann soll ich mir so... Warum nicht und... Fuck, wo führt das hin? Oh hey, es geht. Verfehlt. Was ist hier? Mal gucken, da. Das denn werden, mein Freund. Das üben wir nochmal, ne? Du brennst. Nur mal so. Boom. So. Okay, da soll ich ja sowieso hin. Also ich hätte... Ich hätte... Mir fällt gerade mal auf, ich hätte überhaupt keinen anderen Weg als Möglichkeit. Also davon mal abgesehen. Was ist hier? Oh hey, Leute, es geht. Geht mir mal aus dem Weg, ich hab's eilig. Ne, hier soll ich ja gar nicht hin. Aber ich... Ach so. Komme ich da überhaupt durch? Ich würde da durchkommen. Ach, wir gucken später. Gucken wir später nochmal. Speedrun-Tactics. Boom. Also wenn man richtig viel Energie verballern will, dann muss man das so machen. Einfach Option A und dann Kunai-Spam. Mit dem Explosiv-Upgrade. Okay, da sollen wir hin. Aber was ist da? Fragte sich der junge Abenteurer. Und musste feststellen, dass hier relativ wenig ist. Oder? Ich sollte vielleicht doch erstmal dem Weg folgen, der mir gegeben ist. Optional ist, sollten wir dann später machen. Nachher habe ich hier die ganze Zeit mit Backtracking zu tun. Und das möchte ich auch nicht. Weil ich weiß ganz genau, wie das denn abläuft. Oh. Route blockiert. Ultrakalte Quelle. Beschaffen wir das ultrakalte Plasma. Wo ist denn das? Oh, cool. Danke, Karte. Hm. Ich habe ja Angst, wenn ich da jetzt runterspringe, ne? Wobei dann ist da ja das Panther-Lauf-Ding. Also ich komme da sowieso irgendwie wieder hin. Oh, Leute. Ne? Ach, wisst ihr was? Fuck it. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wie ein weiser Mann einst sagte, YOLO. Ich meine, hier kommen wir eh wieder hoch. Hier ist nischt. Da ist eine Tür. Okay. Was ist das denn jetzt? Ist ich da hinten ein Upgrade? Oder? Okay. Ich kann hier hoch. Ähm. Da brauche ich meine Reflektierenden für vielleicht? Nee, warte mal. Doch, die Explodierenden. Weil die haften und dann machen sie es so. Aha! Kunai-Upgrade. Maximale Kunai-Anzahl erreicht. Wie geil. Das ist unser letztes Kunai-Upgrade. Wir haben die vollen Kunai-Anzahl. Oh mein Gott. Ist das... Das ist einfach nur eine große Welle von Bumm. Eine große Welle von Bumm. Mehr nicht. Wie sieht das aus, wenn ich so mache? Alter. Das ist so cool. Aber wir haben alle Kunais. Das ist cool. Das ist schon mal eine Sache. Also ich schätze mal, ich werde mein Bestes geben. Das Ganze hier irgendwie, äh... Auf, äh... 100% zu machen. Weil, ich sag mal so... Es scheint mir jetzt auch... Bitsit weh? 100% ist so ein hartes Wort. Ich guck mal, wie weit ich komme. Sagen wir es so. Let's see how far we've come. Geh drauf. Komm. Hier. Maximum Kunai, Bitch. Aufmucken, oder was? Kaputt. Alter, mein Panther rastet aus. Warum hab ich mein Vogel da beschworen? Äh... Ist hier unten was? Ja. Kältestrahlen. Aus irgendeinem Grund. Ramse. Kann ich das kaputt machen? Ich kann's kaputt machen. Mama hat mir mal gesagt, wenn man Sachen kaputt machen kann, sollte man sie kaputt machen. Ach so. Au. Okay, okay. Ernsthaft? So. Ah, jetzt gehst du aus. Das ist ja schön. Aus dem Weg. Alle. Meine Fresse. Dass ihr immer so tun müsst, als ob ihr eine Chance hättet. Ich mein, dass ihr die Hoffnung nicht aufgebt, ist ja süß, aber ich mein Gott. Ihr steht einer Übermacht gegenüber. Oh yeah. Moment. Unsichtbare Mauer. Okay. Okay, Omega Panther ist schlicht und ergreifend unsichtbare Mauer. Ich hab's verstanden. Wow. Wie das Spiel auf einmal bei mir laut geworden ist, ne? Ach, guck mal, wo wir hier sind. Ah, guck mal da. Was ist das? Nicht eine... Oder ist das eine Ultrakalte? Nee, kommen wir so oder so nicht durch. Shit. Weil da wär bestimmt noch einiges gewesen. Weil ich mein, wir kommen ja hier wieder runter, ne? Also hier wieder... Wisst ihr, was du riskierst? Am besten nicht. Oh, der Part ist gleich vorbei. Fällt mir nur noch so... Verpiss dich, Xbox. Ähm... Das soll ich hier irgendwo? Nee, hä? Wo bin ich hier? Was will ich hier? Was ist hier? Ich mein, ich empfär mich immer weiter vom Ziel. So viel ist man sicher. Hä? Möchte nur mich umgucken mal. Weil... Noch komme ich ja wieder zurück, also von daher. Nö. Es ist aber auch nicht hier, ne? Ne, es ist einfach in einem anderen Gebiet. Der Palast. Da sollen wir hin? Wenn man überlegt, hier haben wir angefangen und hier kamen wir natürlich dementsprechend nicht hoch. Ich mein, wir hatten keinen Double Jam, wir hatten dieses Spielzeug hier nicht. Also... Also... Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu weit gepantert. Ich stehe mal, fress sie, fress sie. Das sah mir jetzt nicht aus, als ob das hier ist. Aus irgendeinem Grund ist das hier mal unheimlich laut. Ne, ich soll... Ich soll da hin. Okay. Okay, wir sollen hier hin. Wir sollen nach Kasach zurück. Und von hier aus dann... Offenbar weiter. Und das war jetzt zum von mir. Weil da... Ne, damit... Das möchte ich jetzt auch gucken. Moment. Äh. Ja, wir kommen hier auf jeden Fall wieder hoch. Also, auf jeden Fall ist mal sicher. Ich möchte da nämlich rüber. Haha! Was hat man davon, wenn man einfach mal Badass dastehen will? Dann hat man nämlich sowas. Man findet sowas. So. Auf jeden Fall, hier geht es das nächste Mal weiter bei Let's Restroider. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute.